Flower Power Beach Party am Freizeitsee in St.Lorenzen. Eine Veranstaltung bei der DJ Wolf und die Live-Acts Sisters and One und Mandy Oberle mit legendären Flower Power Hits der 60er und frühen 70er Jahre für ein Woodstock Feeling in der Obersteiermark sorgten. Schon die Botschaft der Hippies war Frieden und so ging auch diese Veranstaltung absolut friedlich über die Bühne. Leider hielt das Wetter doch einige Obersteierer und Obersteiererinnen davon ab, diesen Event in der bezaubernden Umgebung des Freizeitsee St.Lorenzen beizuwohnen. Die anwesenden Fans ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und trotzten dem Wetter mit bester Laune und ausgelassener Stimmung. Ein Hinweis sollte am 7. August Badewetter herrschen, wird es aufgrund der großen Nachfrage ein Remake dieser tollen Veranstaltung am Freizeitsee St.Lorenzen geben.